Was ist DeFiU und wie funktioniert es? Das ist eine vollständig dezentralisierte Blockchain-Technologie, die es den Nutzern ermöglicht, mit der Blockchain direkt zusammenzuwirken und für das Halten von Split-Tokens Prämien in Form von Ultima zu erhalten. Ein Split ist ein Token, der den Anspruch auf eine Belohnung in Ultima belegt. Derzeit gibt es zwei Arten von Split-Tokens, VIP-Split und US-Split. Das Einzigartige an diesem Produkt ist, dass derjenige, der einmal einen Split-Token erworben hat, sich eine lebenslange Belohnung in Form von Ultima sichert. DeFiU liegen die sogenannten Liquiditätspools zugrunde. Das ist ein geschlossenes und sich selbst tragendes dezentrales System auf Blockchain-Basis. Der Pool wird von den Nutzern selbst aufgefüllt, indem sie ein Produkt bezahlen, einen Split-Contract abschließen und Transaktionen mit Ultima durchführen. Der Pool verteilt die Prämien an die Nutzer gemäß den in die Blockchain integrierten Regeln. Nachdem sie eine Prämie in Ultima erhalten haben, sind sie ganz frei in ihren Handlungen. Sie können die Tokens an andere Personen senden oder verkaufen und an den Kursänderungen der Tokens Geld verdienen. Sie können andere Produkte innerhalb des Ökosystems und neue Split-Lizenzen erwerben, um ihr Limit zu erhöhen. Die beste Variante wäre jedoch, die Tokens langfristig aufzubewahren. Die einzigartige hyperdeflationäre Strategie von Ultima trägt zum ständigen Preisanstieg des Ultima-Tokens bei, was ihn potenziell noch wertvoller macht. Um mit dem DeFiU-Produkt Prämien in Ultima zu bekommen, müssen Sie wie folgt vorgehen. Erstens, registrieren Sie sich auf der DeFiU-Website. Zweitens, kaufen Sie eine Split-Lizenz. Wenn Sie die Lizenz gekauft haben, entsteht in der Blockchain die Notiz, dass Ihre Wallet berechtigt ist, eine bestimmte Anzahl von Splits zu erzeugen. Drittens, schließen Sie einen Split-Contract ab, der Sie technisch in die Lage versetzt, Split-Tokens zu drucken. Durch den Abschluss des Split-Contracts schieben Sie die Tokens in den Pool, wo sie für 50 Jahre eingefroren werden. Dafür druckt die Blockchain-Splits für Sie. Viertens, danach können Sie täglich eine Belohnung von der Blockchain erhalten. Je mehr Splits Sie haben, desto höher ist Ihre Belohnung.